Gut, ja, jetzt hat der Willi sich Männerparadies ein bisschen anders vorgestellt. Ja, was daran liegt, hat der Willi das letzte Mal im Spiel geguckt, da war er 18. Da hatte er nur so eine Figur und einen ganzen Kopf voller Locken. Heutzutage ist er barfuß auf den Kopf und dann vollen Pockenwachstum. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.